Wir wollen uns nun mit der Erzeugung von Zufallszahlen in Excel beschäftigen. Und zwar auf der einen Seite ganz klassisch, dass man gleich verteilte Zufallszahlen innerhalb eines Bereiches bekommt, aber dann auch Zufallszahlen nutzen kann, um Messdaten oder Modelldaten zu variieren. Beispiel wenn ich jetzt ein Lastprofil habe oder Erzeugungsprofile von Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, dann ist es im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse ganz sinnvoll, diese Daten zu variieren in einem bestimmten Maß, also leicht zu verändern, um dann die Robustheit des eigenen Energiemodells zu prüfen. Das wollen wir uns in dem zweiten Teil dieses Videos einmal ansauen. Starten wir los mit ganz klassisch der Zufallszahl. Also die Funktion dazu lautet einfach Zufallszahl ohne Parameter. Und diese Funktion gibt dann eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 aus. Ich möchte das jetzt mal einmal hier runterziehen, dass wir mal 500 Zufallszahlen generieren. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Also diese Zahl zwischen 0 und 1 ist gleich verteilt. Jede Zahl soll gleichmäßig auftreten. Und man hat dann darüber die Möglichkeit, sich Zufallszahlen mit Excel generieren zu lassen. Der Nachteil ein bisschen an Excel ist, das sehen wir jetzt gleich auch, wenn wir jetzt hier unsere 500 Zufallszahlen haben, dass jedes Mal, wenn ich die Werte ändere, und ich springe nochmal hier oben hin und ändere mal hier in dieser Zelle den Wert, ändern sich auch die Werte in unserer Liste. Das ist ein Problem, dass also diese Zufallszahlen nicht fest sind, sondern jedes Mal neu erzeugt werden. Das muss man berücksichtigen. Da macht es Sinn, sich diese Zufallszahl-Liste einmal zu nehmen, eine neue Spalte zu kopieren, und zwar nur die Werte einzufügen, dass die sich nicht mehr verändern. Wir sehen jetzt hier, das ist unsere Variable-Liste in der Spalte A und die fixierte Liste in der Spalte C. Wenn wir uns die Zufallszahlverteilung mal ansehen, markieren wir diese Zahlen mal alle und erzeugen uns mal ein Diagramm. Nehmen wir mal hier das Punktdiagramm, dann haben wir jetzt hier eine Verteilung. Die sieht weitestgehend gleichverteilt aus, also jetzt hier keine Häufung. Man kann natürlich jetzt noch sich ein paar statistische Zahlen hierzu angucken. Also was ist der Mittelwert, die Standardabweichung, die Schiefe? Da gehen wir noch mit einem anderen Video darauf ein, wie Statistik mit Daten funktioniert. Aber hier ist es jetzt so, dass der Mittelwert, wir sehen den ja auch unten in der Fußzahle, berechnen wir ihn hier nochmal in der Spalte A. Das sind jetzt 0,48 und dann haben wir noch die Standardabweichung. Standardabweichung. Und da sehen wir hier, das ist weitestgehend um die 0,5 herum. Ich ändere hier nochmal ein bisschen die Zahlen, damit wir hier sehen, was hier passiert. Also man sieht es auch rechts in dem Diagramm. Wir haben hier eine regelmäßige Verteilung dieser Zufallszahlen zwischen 0 und 1. Wenn man das jetzt ausweiten möchte, kann man jetzt mit Multiplikationen arbeiten. Ich sage euch, ich möchte aber gerne Zufallszahlen zwischen 0,9 und 1,1 haben. Wenn ich also sage, ich habe eine Messreihe und möchte da jetzt mal plus minus 10% an Variabilität hereinbekommen, dann kann man das natürlich entweder über diese Zufallszahlfunktion machen oder was dafür auch gut möglich ist, ich füge hier nochmal eine neue Spalte ein, ist der Schlüssel des Zufallsbereichs. Da gebe ich jetzt an, wie man hier in der Hilfe sieht, die untere und die obere Grenze. Also ich mache mal 90 und 110 und habe dann Zufallszahlen, die zwischen 90 und 110 liegen. Ich kopiere das nach unten und habe dann hier Zufallszahlen. Wir können das hier mal einmal kopieren nach rechts und sehen dann, wir haben hier unsere ich zoome mal wieder richtig damit, alles gleich die richtige Größe hat und wir sehen hier haben wir also einen Mittelwert von 100 auch da, wie wir das variieren, stellen wir fest es ist ziemlich genau der Wert 100 mit einer auch einigermaßen gleichbleibenden Standardabweichung von ungefähr 6. Also das ist das, was wir wollen und wenn wir das natürlich jetzt noch reduzieren wollen auf Werte zwischen 0,9 und 1,1 dann dividieren wir das Ganze natürlich durch 100 nochmal zwei Nachkommastellen kopieren, das nach unten das dauert wieder eine kleine Sekunde zur Berechnung im Hintergrund und wir haben dann hier also den Mittelwert von 1 und dann 0,06 als Standardabweichung. Der Nachteil natürlich, wenn ich jetzt mit diesen Zufallszahlen hier arbeite um meine Daten zu variieren ich bekomme eine gleich verteilte Veränderung meiner Messdaten was ich vielleicht gar nicht möchte sondern in der Anwendung bin ich eigentlich daran interessiert dass die Abweichung meiner Messdaten klein ist und nur mit der geringen Wahrscheinlichkeit ich große Abweichungen bekomme also idealerweise eine normal verteilte Zufallszahlengenerierung das ist das was wir erzeugen möchten das machen wir mal hier in unserem Karteireiter Lastprofil also hier haben wir wieder die Lastgangdaten von Deutschland Link wie immer in der Videobeschreibung und was ich jetzt machen möchte ist ich möchte jetzt hier die Last variieren mit einer normal verteilten Wahrscheinlichkeit also das heißt die 1 soll am häufigsten sein und dann möchte ich eine normale Glockenkurve haben wie man das aus der Statistik kennt was brauche ich da für eine Funktion das ist die Funktion Norm Inf wenn wir uns jetzt mal die Hilfe hier angucken ich gebe einmal die Wahrscheinlichkeit an den Mittelwert und die Standardabweichung also das heißt ich kann definieren wie soll die Zahlen verteilt sein was ist der mittlere Wert in unserem Fall natürlich dann die 1 und ich kann die Standardabweichung angeben die ja ein Maß dafür ist wie breit meine Gaussverteilung ist also das brauchen wir wir brauchen jetzt hier wieder eine Zufallszahl dann geben wir das arithmetische Mittel der Verteilung an das soll eine 1 sein und jetzt haben wir die Standardabweichung da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen wie ist das definiert also wie haben wir diese Standardabweichungen zu verstehen man kennt das aus der Statistik die einfache Standardabweichung ist ein Maß dafür oder gibt an, dass bei einer normalen Verteilung oder einer Gaussverteilung 68% der Daten innerhalb der Standardabweichung also positiv und negativ liegen habe ich die doppelte Standardabweichung liegen schon 95% meiner Messdaten innerhalb dieses Intervalls und bei der dreifachen Standardabweichung sind es sogar schon 99,7% das heißt ich kann also darüber steuern über die Standardabweichung die ich hier angeben kann wie groß meine Variabilität der Messdaten sein soll also fangen wir mal an wir machen mal hier eine geben hier mal eine 0,1 ein dann haben wir halt diese Messdaten die können wir dann jetzt hier auch einmal runterziehen auch da muss man dran denken das ist jetzt wieder so dass diese Zahlen sich jedes Mal verändern wenn ich die Werte ändere aber jetzt habe ich hier und das können wir jetzt mal einmal überprüfen also was ist der Mittelwert unserer Spalte C ziemlich genau 1 natürlich nicht ganz weil wir Zufallszahlen haben und dann haben wir noch die Standardabweichung Standardabweichung von der Spalte C und das ist ziemlich genau die 1 das ist also genau das was wir haben wollen auch da können wir nochmal einmal hier in die Punktewolke einfügen das dauert jetzt auch ein bisschen eine Berechnung das ist jetzt hier Excel kommt hier dieses Web Excel kommt hier mit diesen Zahlen leider nicht zurecht deswegen kann man das hier in diesem Excel nicht so richtig gut zeigen der fängt hier fängt erst bei 8000 an und nimmt nur die letzten gut 500 Zahlen das müssen wir einmal anders machen das ist wie gesagt ein Problem dieser Web Version von Excel in Teams da muss man auch ein bisschen darauf achten dass die nicht so flexibel ist wir nehmen mal hier die ersten 500 Zahlen fügen hier eine unsere Verteilung ein und sehen also hier haben wir jetzt eine einigermaßen gleich verteilte Kurve was wir hier auch nochmal zeigen können ist mal ganz kurz gucken wo hier diese Häufigkeit ist kann er das hier genau hier ist noch das Histogramm auch da sehen wir dann hier nochmal die Häufigkeitsverteilung wir löschen mal ein paar Informationen raus in diesem Diagramm das hatten wir uns jetzt in den Diagrammvideos nicht angeguckt aber das ist jetzt quasi eine automatische Verteilung der Häufigkeiten unserer Zufallszahlen ändere ich hier muss man bedenken dann ändern sich hier auch direkt diese Zahlen also hier etwas versteckt hinter den Achsen der X-Achse sind Intervalle die Excel selbstständig definiert wenn wir jetzt hier variieren bekommen wir hier eine und man sieht das schon eine nicht perfekte Glockenkurve das sind auch nur die ersten 500 Werte sind nicht alle 8.760 aber man hat trotzdem schon also kommt einen Eindruck davon wie diese Verteilung aussieht jetzt kann man natürlich sagen das ist nicht ganz das was ich möchte sondern ich möchte vielleicht wir löschen das mal hier eben wieder raus sondern ich möchte diese Verteilung enger fassen also das heißt hier diese Standardabweichung deutlich kleiner fassen dann muss ich halt entsprechend diese Werte verändern also das ist jetzt also unsere Standardabweichung von 0,1 heißt 68% aller Zufallszahlen liegen innerhalb unseres Intervalls von 1 plus minus 0,1 wenn ich das enger fassen möchte muss ich meine Standardabweichung entsprechend verkleinern also auf 0,05 zum Beispiel also halbieren dann gibt es halt hier entsprechend kleinere Abweichungen und ich fasse hier wir sehen dass hier die Standardabweichung passt also ich dann direkt an auf 0,05 genau das was man vielleicht möchte wenn man die Zahlen nicht so stark variieren will was man dann machen kann ist wir löschen das hier mal raus dass ich dann durch meine Last nehme und multipliziere diese mit meiner Funktion oder mit meiner Zufallszahl kann auch hier diese Zahlen runter kopieren und habe damit eine leicht veränderte Funktion wir können es in meiner Verteilung wir summieren mal die beiden Spalten Summe das gleiche machen wir auch hier für die Spalte d und da sehen wir wir bekommen leicht unterschiedliche Werte nicht ganz die sind können wir mal das Verhältnis bilden also die alten Zahlen dividiert durch die neuen Zahlen da haben wir dann einen Wert der liegt sehr nah bei 1 können wir vielleicht nochmal die Prozentwerte angeben also sind da quasi bei 1 die Summe hat sich kaum verändert aber sie sind leicht variiert das kann natürlich sinnvoll sein jetzt hatten wir hier die Standardabweichung schon sehr eng gesetzt wenn wir die mal etwas weiter fassen auf 0,1 statt 0,05 ziehen das runter dann sehen wir hier wir haben hier wieder die Summe quasi nicht verändert können jetzt aber dann doch mit leicht veränderten Werten arbeiten wir sehen das hier dass wir hier entsprechende andere Verhältnisse haben die sind teilweise schon gravierend wir sehen das hier am 1.1. um 16 Uhr also der Unterschied ist schon ziemlich groß machen wir das mal vielleicht also den neuen Wert dividieren wir mal durch den alten machen das mal als Prozentwert das wollte ich nicht sondern ziehen das jetzt hier mal runter und können jetzt hier das können wir ja auch schon mit der bedingten Formatierung hier vielleicht mal mit diesen Balken arbeiten sehen also hier wo diese Werte liegen das Maximum können wir mal gucken hier Max in der Spalte E da hat er aber die Division durch 0 da muss irgendwo eine 0 drin stehen Max C das müsste er eigentlich können genau und Min C das ist das Minimum also wir sehen die Variation ist schon relativ groß also zwischen 35 Prozent die wir draufpacken oder abziehen das liegt natürlich jetzt daran wie groß wir hier diese Standardabweichung von 1 gewählt haben von 0,1 gewählt haben das ist jetzt schon eine große Variation das will man normalerweise nicht sondern eigentlich würde ich da kleinere Werte ansetzen also mindestens mal eine 0,05 eher sogar noch kleiner damit unsere Messwerte zu 95 Prozent das ist so die Zahl die man typischerweise hat innerhalb unseres Bereichs liegen also machen wir mal die 0,1 0,5 0,05 so also 0,05 das ist das was wir wollen kopieren das runter und haben dann hier eine deutlich kleinere Varianz also jetzt haben wir hier 22 Prozent Maximum oder 18 Prozent Reduktion unserer Werte das ist also schon deutlich enger gefasst und wir haben hier nicht mehr so große Abweichungen 0,05